Herzlich Willkommen zum LZ-Kandidaten-Schnellfeuer. Heute mit Matthias Stulz aus Kippenheim für die Freien Wähler. Legen wir los! Ich will in den Landtag, weil ich glaube, dass ich dort was bewegen kann mit meiner Erfahrung und mit meinen Ideen. Der schönste Ort in der Ortonau ist Kippenheim. Ein gutes Abendessen besteht aus? Einen guten Wein und einer guten Begleitung. Hund oder Katze? Hund. Der beste Politiker Deutschlands ist? Der ehrliche Politiker. Als Teenie war ich unheimlich verliebt in? Unseren Hund. Kaffee oder Tee? Kaffee. Mein größter Erfolg in meinem Leben war? Gute Frage. Vielleicht meine erste Dagenprüfung für Jiu-Jitsu? Soziale Medien sind für mich? Im Moment ein Muss und manchmal ganz interessant. Twitter, Facebook oder Instagram? Instagram mittlerweile. Wenn ich für einen Tag Kanzler wäre, würde ich? Kanzler einen Tag. Kann man halt nichts bewegen. Was würde ich tun? Ich würde wahrscheinlich mir den ganzen Bundestag erstmal in Ruhe angucken. Berge oder Meer? Berge. Mein Traumjob als Kind war? Polizist. Todlangweilig finde ich? Angeln. Bratwurst oder Steak? Steak. Wer mich wählt, bekommt? Einen ehrlichen Politiker, wie ich meine. Und einer, der sehr motiviert ist. Wenn ich in den Landtag einsehe, dann mache ich dieses Gesicht. Ja. Und wenn nicht, dann dieses. Mache ich das trotzdem, ja. Vielen Dank, Herr Stulz, und viel Erfolg für den Wahlkampf. Vielen Dank. Vielen Dank.